Schweren, deutsche Presseagentur-MV, minus im Corona-Hotspot Mecklenburg-Vorpommern wird die 3G-Regel von diesem Donnerstag an weitgehend aufgehoben. Neben der Gastronomie betreffe dies zum Beispiel Kultur- und Freizeiteinrichtungen, körpernahe Dienstleistungen, Messen und Veranstaltungen sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, SPD, am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schweren. Dort gelten eher zufolge dann nur noch Masken und Abstandspflicht. Touristen die nicht geimpft oder genesen sind müssten aber weiterhin bei der Anreise im Hotel einen Negativtest vorlegen. In Clubs und Diskotheken gelte weiter 2G plus Punkt der Wegfall von 3G, geimpft getestet genesen, war für Gaststätten bereits am Dienstag vergangener Woche zu Gründonnerstag beschlossen worden. Da die Zahl der Corona-Infektionen und auch die Patientenzahlen in den Krankenhäusern sowie auf den Intensivstationen weiter gesunken sein könne man diese Lockerung auf weitere Bereiche ausdehnen erklärte Schwesig. Die Pflicht zum Corona-Test bei der Touristenanreise hält sie nicht für eine große Beeinträchtigung des Ostergeschäfts. Die Branche erwarte 300.000 Gäste in Mecklenburg-Vorpommern das entspreche einer Auslastung von 75 Prozentpunkt. Der Landtag hatte das Bundesland am 24. März flächendeckend zum Corona-Hotspot erklärt. Dies ermöglichte es der Landesregierung die bis dahin geltenden Einschränkungen aufrecht zu erhalten. Die Hotspot-Regelung gilt zunächst bis zum 27. April. Der Bioinformatiker Lars Kaderli sagte in schweren Errechnen mit einer weiteren Entspannung der Lage. Im Herbst sah allerdings mit einer neuen Welle zu rechnen. Copyright Deutsche Presse Agentur Info.com Deutsche Presse Agentur Doppelpunkt 2 2 0 4 1 1 99 8 8 3 9 6 9 5 3 4 1 1 1 Untertitelung des ZDF, 2020